Mein Gott, ich lege nur Vorräte an. Zum Fisch? Ja, Proteine, falls es keine Nahrungsmittel mehr zu kaufen gibt. Und wann soll das passieren? Wenn der Bürgerkrieg beginnt. Ah, der Bürgerkrieg. Ja, zwischen Moslems und europäischen Ureinwohnern. Also Harald, im Moment stellen sich die Deutschen nur selbst gegeneinander. Ja, so fängt das an. Das ist bisher immer passiert, wenn eine Kultur zu verweichlicht ist, um sich gegen Invasoren zu wehren. Das ist sogar schon im alten Rom ein Problem gewesen. Und das wird auch unseren Untergang einleiten. Glaubst du, ich will dir dein Land wegnehmen? Nein, also natürlich nicht du. Dein Land, dein Essen und deine Frau.